Hallo liebe Kampfkunstfreunde, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Marek. Heute mache ich so ein spezielles Video für euch, so ein Dankvideo, weil wir die meisten schon mitgekriegt haben. Ich habe 1000 Abonnenten erreicht, das ist schon ungefähr 1050 oder 55. Das ist mein zweites Kanal, wo ich schon die 1000 Abonnenten erreicht habe. Bei meinen dritten Filmen noch ungefähr 40 Abonnenten. Dann habe ich drei verschiedene Kanäle, zwei Reisechannels und ein Channel mit den Kampfkünsten oder Selbstverteidigung, wie auch immer, wo ich schon über 1000 Abonnenten erreicht habe. Und wissen sicher, die meisten, die mit YouTube zu tun haben, wissen genau, wie schwierig das ist, die ersten 1000 Abonnenten zu erreichen. Und ohne euch wäre das alles nicht möglich. Deshalb vielen lieben Dank für eure Abos, für eure super Kommentare, für eure Likes. Ohne euch, ohne diese Community wäre das gar nicht möglich. Und wir bringen das noch ziemlich, ziemlich weit. Ich würde euch gerne sagen, was alles Neues auf euch zukommt. Schon in ungefähr einen bis zwei Wochen kommen neue Videos mit meinen alten Freunden, mit denen ich trainiert habe, mit meinen Schülern, mit anderen Kampfkunstlehrern, Instruktoren und so weiter. Verschiedene Stile und so weiter. Das habe ich alles vor, weil ich habe kein Problem damit dem Ego, wenn zum Beispiel ich beim Jiu-Jitsu nicht gut bin, dass ich trotzdem mit irgendeinem guten Instruktor so ein Training mache oder Tai-Box oder wie auch immer. Ich will mich einfach mit mehreren Leuten treffen und einfach Video für euch trainieren, damit ein bisschen Abwechslung reinkommt. Und noch einmal vielen, vielen lieben Dank für alles, liebe Leute. Und wie ich schon gesagt habe, es kommen ziemlich viele neue, interessante Sachen auf euch zu in den nächsten Videos, aber es dauert noch ein bisschen. Und ja, in diesem Video zeige ich es dir nochmal so ein Best auf von diesen ganzen Videos. Da würde ich euch gerne so einen Schnitt zeigen, wie wir angefangen haben von ungefähr sieben Monaten in Thailand, weil in Thailand haben wir dann angefangen mit den ganzen Videos und diesen alten YouTube-Kanal wieder so voranzubringen. Das heißt, vielen lieben Dank und viel Spaß dabei. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.